Hallo, hier ist der Martin von Meinemang, Gießtas, die DAX-Analyse für Freilad den 12. Januar 2024. Unser DAX hat eine schöne Rutsche hingelegt und auch eine saubere Landung praktiziert. Wir hatten gestern darüber gesprochen mit unserem DAX, dass er noch nicht fertig ist mit seinem Auftreten. Er sollte ja Stand hier nochmal auf die 650 zurücksetzen, aufdrehen, wieder hier hoch, sich nochmal abstoßen und so weiter und so fort. Hatten drüber gesprochen, dass es ihm am besten sogar stehen würde, wenn er erst 8.20 anläuft, sich von dort zur 650 stößt. Und hatten auch gesagt, wenn die 650 nicht hält, dann wäre sogar die untere Channel-Kante nochmal dran. Insofern hat er erstmal alles bedient, was er getan hat, aber er habe auch sowas erzählt mit den Stunden-Schlusskursen. Ja, so über 800, dass er dann nach oben Übertreibung einleiten kann. Auch, na gut, unter 650 hat geklappt, aber ich glaube, hier war auch so eine 1-Stunden-Kerze drin, die hat einfach so quer geschlagen. Kann man gut vorstellen, dass das einige richtig in die Ohre getrieben hat. Und man hat auch gesehen, dass es ihm auch gezielt darum ging, die Leute in die Ohre zu treiben. Also es lag dann nicht letztendlich nur an der Aussage vielleicht bei uns aus der Analyse mit den Stunden-Schlusskursen, sondern man hat ja wirklich gesehen, wie er auch hier oben, da hat er richtig wirklich mehrfach hier drin rumgeschnaubt, bevor er sich dann eingedreht hat, weil er vielleicht dann doch endlich genug Leute auf die Long-Seite gelockt hatte oder aus den Shorts rausgeegelt hat. Und die haben dann Angst bekommen, dass er jetzt da oben ran springt und pup, hat er sich umgedreht. Aber das sah schon sehr gezielt aus. Also untergeordnet in der Bewegung hat er sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben, die Leute, dass eben nicht so viele mit dabei sind. Und ich glaube, das ging auch dann tatsächlich am Ende relativ vielen so, dass es sich letztendlich so bewegt hat, wie man sich das vielleicht sogar vorgestellt hat am Handelstag, aber man gar nicht richtig mit bei gewesen ist oder viele nicht mit bei gewesen sind. Zumindest habe ich das auch so aus dem Chat mit rausgenommen, weil das ging dann hier unten auch weiter an. In der 650 hat er genau das gleiche nochmal gemacht. Ja, also die beiden entscheidenden, wichtigen Stellen, da hat er so einen Zinoper betrieben mit nochmal Kerzen hoch und runter und drücken und grün nochmal rein und harte Gegenwehr und drücken, auch vom Timing her, ein bisschen umständlich. Also wir kennen unseren Dax zu Donnerstagen mit so einem Bild, aber oft wesentlich einfacheren Umsetzungen. Also hat er sich wirklich gezielt Mühe gegeben, hier die Leute sich ein bisschen vom Leib zu halten. Und da muss man sagen, das macht er oft eigentlich, bevor er irgendwann wieder anfängt zu trennen. Ja, also dieses Rausekeln der Leute, das ist ja auch so ein typisches Bild, was wir immer wieder im Dax sehen. Bringt er aber sehr, 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 sehr häufig oder sehr, sehr, sehr oft, dann tatsächlich eben erst, wenn er anfängt, wieder auch mal ein bisschen Strecke machen zu wollen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte hier ausgeht, denn wir können auch festhalten, wir haben jetzt hier zwei Wochen hinter uns, wir haben zwei Wochen jeden Tag ein Short und ein Long-Szenario beschrieben und in der Regel gefühlt an neun von zehn Tagen auch beides gesehen. Also das kann man nicht erinnern, dass wir sowas mal auf Dauer durchgehalten haben mit den Analysen, dass er wirklich immer die bullige Variante angeschnitten hat, aber auch die bärische Variante und sich irgendwo zwischendurch dann sein Ding gebildet hat. Also im Ergebnis, was haben wir gesehen? Abverkauf wieder aus dem Bereich 800. Jutta ist nicht sonderlich überrascht, haben wir eh drüber gesprochen gehabt und das auch oft genug gesehen. Dann untere Channel-Kante angelaufen. Jetzt ist halt wichtig, was war dieser Anlauf hier? Ist dieses dynamische Runtergleiten ein erster Versuch, eine solche Abwärtswelle nochmal nach unten zu projizieren? Wenn ja, dürfen wir über Freitag, Montag definitiv Abwärtsmomentum mit einplanen. Denn, wartet mal, ich habe hier kein Magnet an. Ich setze es nochmal ein bisschen genauer, dann kriegen wir es ordentlich hin. Dann dürfte man nämlich einplanen, dass der Kollege hier ein auf so macht. Zack, zack, copy, paste, da ran und dann hätten wir hier Platz, der bis 16, 3, ja, 3,20, 2,60 dann runter geht, hier in dem Bereich, mit nächster Zwischenstation im Bereich um 4,80 und dann hier unten letztendlich 4,20, 3,20, 3,30, ist ja auch ein altes Hoch. Ich erinnere mich an den Tagesschart, da haben wir auch schon öfter über die 3,30 gesprochen und dann hier bei 2,60. Wenn er jetzt nach unten durchzieht, ich sehe gerade ganz genau, liegen wir nicht an, jetzt liegen wir genau an, gucke nochmal, jetzt ist 3,30. 3,30 passt dann im Tagesschart, das ist das zweite Hoch, glaube ich, links, hier, wartet mal, irgendwo liegt hier noch so ein Hoch, das ist Hoch 16,331, also passt dann wie die Faust aufs Auge. Wenn er am Freitag nach unten durchruppelt, wird sich einplanen, dass er über die Zwischenstation mit der 4,80 hier dann Richtung 3,30 fällt, ja. Die eine Betrachtungsweise, die andere Betrachtungsweise ist, dass wir ja quer betrachtet noch immer in einer möglichen bullischen Flagge stecken. Wir hatten den Ausbruch versucht unten, das heißt, wir haben versucht ein bullisches Muster aufzulösen, sowas knallt normalerweise richtig. Wenn ein bullisches Muster in Trendrichtung nicht mehr bedient wird und bricht, dann setzt es auf deinen Trendwechsel ein, dass es hier nicht erfolgt. Sondern der Markt hat sich hier stabilisiert, den Ausbruch abgefangen, wieder aufgedreht, wir sind jetzt hier relativ hoch in den Kanal nochmal zurück, haben jetzt Schwung geholt und könnten jetzt dynamisch in den Ausbruch dieser Flagge gehen. Und dafür wäre das wahrscheinlich ein letztes Rausegeln der Longs gewesen und er zieht dann jetzt relativ straight hier nach oben durch. Das würde bedeuten, dass wir zum Freitag vermutlich schon deutlich über einer 7,60 schon wieder rausgehen dann im Handel. Montag wieder mit Abwärtsgib reinkommen, wie jetzt am Donnerstag, dann auch bestimmt über der 8,20 und uns dann geradewegs am Montag nach oben durchdrücken. Ja, also das würde dann gut reinpassen, dann liegt die so im Bereich um 9,20, ja, so in dem Dreh und das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, würde hier reinpassen. Und es würde eben auch von der Art und Weise, wie er sich bewegt, schön passen, weil ja dieses Ekeln, dieses Rumstellenkern, was er hat, ja häufig zu sehen ist, bevor er wirklich ein bisschen größere Moves macht. Und das würde hier, das würde eigentlich auf beide Varianten sehr gut passen, weil es ja beides noch relativ gut anliegende Strecken sind. Aber von daher gucken wir mal genau hin. Riecht ein bisschen nach Bewegung, ich hoffe, er bedient auch. Und ich glaube, so schwierig wird der Freitag auch nicht in der Bewertung, ja, weil man von Anfang an wahrscheinlich schon recht gut den Braten riechen wird, ob das jetzt hier ein totales Abgeben wird oder ob es sich einfach nach oben hangelt, ja. Und von daher, wir haben die zwei Ziele, müssen wir einfach jetzt in dem Bereich ein bisschen gucken, wie verhält er sich, wie bewegt er sich, um 6,70, 700 wichtig und alles darüber ist schon fast eher positiv zu werden. Ja, ich mache daher hier zu, wünsche euch gutes Gelegen, viel Erfolg und schönes Wochenende schon mal. Tschüss.